Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chillout-Area, meine Feiertage in jedem Jahr. Meine Süßwarenabteilung im Supermarkt, die Lösung, wenn mal was hat, so wertvoll, dass man es sich gerne auch spart. Und so schön, dass man nie darauf verzichten mag. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Das Größte für mich bist. Das Größte für mich ist, dass du das Größte für mich bist. Das Größte für mich ist, dass du das Größte für mich bist. Untertitelung des ZDF, 2020